Hallo, ja genau, Sie sind über der Hirnnervenuntersuchung, ich bin Dr. Julia, genau, Sie haben schon den Anmeldebogen ausgefüllt bei meiner Kollegin am Empfang, oder? Sehr gut, dann können wir uns den Anfang sparen. Ja, wie ich sehe, sind Sie gar nicht mit einer speziellen Indikation oder Ursache hier, weil normalerweise kommen hier die Patienten, die einen Schlaganfall hatten oder die Multiple Sklerose haben, oder die Herbietes zum Beispiel, also irgendwelche Probleme mit der Durchblutung haben, aber so wie ich das richtig verstanden habe, wollen Sie einfach nur mal abklären, ob bei Ihnen was nicht in Ordnung ist mit den Hirnnerven, ist das richtig? Okay, ja gut, ist Ihre Entscheidung. Ihre Krankenkasse bezahlt das ja, also mache ich das natürlich gerne. Ah, okay, so eine Art neues Hobby bei Corona, okay, klar, einfach mal alles durchchecken lassen. Kann man natürlich als neues Hobby bezeichnen. Mir ist das egal, ich hoffe einfach, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist und würde dann auch direkt anfangen. Ich werde auch immer etwas zu den Nerven sagen, kurz, damit Sie verstehen, warum ich das Ganze mache. Okay, gut. So, jetzt nehme ich noch kurz ein bisschen. Okay, gut. Der erste Hirnnerv ist der Nervus Opticus, Opticus, unser Riechnerv. Der Test dafür ist relativ klar, relativ einfach. Ich werde Ihnen unterschiedliche Sachen zu riechen geben und Sie müssen mir sagen, was das ist. Ja, ansonsten nehmen Sie keinen verminderten Geruchssinn wahr, oder? So, ist Ihnen nichts aufgefallen? Okay, dann werde ich damit starten. So, das erste ist ein kurz. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. So, schließen Sie am besten die Augen. Schließen Sie die Augen. Schließen Sie die Augen. Schließen Sie die Augen. Und bitte einmal das rechte Nasenloch zu halten. Tief einatmen. Und Zimt. So, bitte das andere Nasenloch zu halten. So, und wieder tief einatmen, einen tiefen Atemzug machen. Ja, das ist richtig. Oregano. Oregano. Ziemlich gut, dass Sie das gleiche erkannt haben. Dann habe ich noch zwei Flüssigkeiten. Bitte wieder das erste Nasenloch zu halten. Oh, das rieche ich bis hierher. Ja, genau. Vanille. Vanille. Entschuldigung, das andere Nasenloch bitte zu halten. Ja. Auch ganz klar, Kaffee. Richtig. Damit haben wir Ihnen die Nervusoblikus getestet. Und alle Spielgerüche erkannt. Da dürfte alles stimmen. Gut. Jetzt geht es um Ihre Augen und um die Augenbewegungen. Das ist nicht ein Hirnnerv. Das sind mehrere. Die werde ich gleich alle zusammentesten. Es geht um den zweiten, dritten, vierten und sechsten Hirnnerv. Der Nervus Opticus, Nervus Oculomotorius, Nervus Trochlearis und Nervus Abduzens. Okay. Es interessiert Sie nicht. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Gut. Okay. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Nervus Opticus. Der ist unter anderem dafür zuständig, dass wir scharf sehen. Und deswegen würde ich jetzt einen kleinen Zee-Test machen. Wie Sie es vielleicht schon beim Augenarzt gemacht haben. Ja. Nur ganz kurz. Wenn ich sehe, dass das passt, müssen wir uns da gar nicht so lange aufhalten. Okay. 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 Können Sie das gut sehen? Ja. Gut. Halten Sie bitte das linke Auge zu. Bitte. Einfach mit Ihrer Hand. Ja. Okay. Ich zeige auf die Buchstaben und Sie sagen mir, welches es ist. Okay. 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 Jetzt etwas weiter unten. Ja. Genau. Super. Also bei dem Auge wirklich kein Problem. Jetzt bitte die andere Seite, das andere Auge zudecken. So. Nun sagen Sie mir bitte, in welche Richtung der Kreis geöffnet ist. Okay. Also das Beispiel. Hier ist er nach rechts geöffnet. Nach oben. Nach unten. Okay. Super. Das war ja jetzt eh einfach. Dann. Ja. Super. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hier unten. Ja. Und hier. Gut. Das klappt ja hervorragend. Ja. Sonst haben Sie ja auch keine Probleme mit den Augen. Oder gäbe es da irgendwas, was ich wissen müsste. Ja. Ja. Und so. Als letztes Test bitte nochmal das erste Auge zu halten. Sie sagen mir, was Sie für Buchstaben oder Zahlen sehen können. Okay. Super. Also passt alles mit dem Nervus Opticus. Sollte es in Ordnung sein. Noch ein Test für den Nervus Opticus. Sie halten wieder ein Auge zu. Und ich bewege meine Finger in Ihr Gesichtsfeld. Und Sie sagen mir, wann Sie meinen Finger sehen können. Okay. Gut. 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 Das andere Auge bitte abdecken. Gut. Gut. Das sieht auch alles sehr, 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 sehr gut aus. Ich wollte mir dazu was notieren. So. 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 Mit den anderen 4 hier Nerven, die ich Ihnen schon genannt habe. Der dritte, der vierte und der sechste sind zuständig für die Augenbewegungen. Das heißt, wir machen jetzt dieses klassische Follow the pen, follow my finger. Und ich beobachte ihre Augen dabei. Okay, so einfach mit beiden Augen den Stift fixieren und dabei folgen. Sehr gut. Ich sehe, beide Augen können dem Stift folgen. Beide in guter Geschwindigkeit. Kein Auge ist langsamer oder kann eine Bewegung nicht ausführen. Super. Was auch noch dazu gehört, ist einmal die Pupillenreaktion mit einer Lampe zu testen. Einfach auf meine Nasenspitze schauen. Und ich komme jetzt vorsichtig mit Licht. Ja. Sehr gut. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, gut aus, gut aus. Okay, auch da ganz normale Pupillenreaktionen. Super. Schreibe ich mir natürlich wieder auf. Also, muss natürlich da auch einige Berichte an ihre Hausärzte weitergehen, ja. Okay. Gut. Hat alles gepasst. So, nun kommen wir zum fünften, fünften Nierenerv, den Nervus Trigeminus, vielleicht haben Sie schon mal von einer Trigeminus Neuralgie gehört, das wäre dann so ganz kurze heftige Schmerzen über den Tag verteilt, öfter, gerade im Gesicht, im Augenbereich und hier, das haben Sie aber nicht. Oder, das hätten Sie wahrscheinlich erwähnt, haben Sie nicht. Okay, ich werde jetzt einmal mit einer Nadel und einmal mit einem Wattepad ganz vorsichtig Ihr Gesicht berühren und Sie müssen mir sagen, was die Nadel ist und was der Wattebausch. Okay, ja. Dazu schließen Sie bitte die Augen. Schließen, schließen, schließen Sie die Augen. Okay, darf ich beginnen? Gut. Das war die Nadel. Das war das Bett, genau. Und nochmal die Nadel, ja. Das haben Sie ja einwandfrei erkannt, also auch da sehe ich kein Problem bei Ihnen. Genau, dann ist der Nervus Trigeminus auch noch zuständig für unsere Kaumuskulatur. Deswegen würde ich Sie bitten, einmal fest dazu zu beißen, dann gegen meinen Widerstand den Mund zu öffnen. Ja, okay. Zähne zusammenbeißen. Ich gebe den Widerstand. Ja, und jetzt öffnen. Das heißt, ja, 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 okay. Jetzt haben wir eine sehr kräftige Kaumuskulatur. Kaumsehle Kaummi. Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay. Dann notiere ich mir das wieder. Also, die ersten sechs haben wir schon geschafft. Sollte man meinen, wir sind erst bei der Hälfte, aber die Tests der anderen sechs sind nicht so langwierig. So, unser siebter hier Nerv ist der Nervus Facialis. 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 Ja, der ist vor allem zuständig für unsere Gesichtsmuskeln. Und deswegen, vielleicht haben Sie schon mal von der Facialis Parise gehört, wenn eine einseitige Gesichtslähmung besteht, das sieht ja bei Ihnen zum Glück alles sehr gut aus. Trotzdem würde ich Sie bitten, einmal fest die Augen zu schließen. Genau. Zähne zeigen. Ja. Sehr schön, wenn Sie lächeln. Genau. Und einmal einfach die Zähne zeigen. Genau. Das geht auch. Dann ist der Nervus Facialis auch noch zuständig für unseren Geschmack. Zumindest nerviert er zwei Drittel der Zunge. Deswegen würde ich Ihnen jetzt nochmal einfach was in den Mund träufeln. Dabei geht es um die Geschmäcker. Süß. Sauer. Salzig. Und bitter. Das geht. So. den Mund öffnen. Lassen Sie sich ruhig kurz Zeit. Das war salzig. Ja, salzig. Die ist immer noch relativ leicht zu erkennen, ja? Nummer zwei. Sind Sie bereit? Sauer. Ja, ja, ja. Zitrone war es, genau. Ja. Nummer drei. Bitte. Genau. Jetzt das vierte. Das wird jetzt klar sein, was es ist. Falls Sie es nicht schmecken, hoffe ich einfach, dass Sie es mir sagen, aber das letzte ist immer relativ einfach. Klar, ja, süß war es. Kann man auch bei Ausschlussverfahren draufkommen. Aber Sie haben es auch geschmeckt. Ja, sehr gut. So. Jetzt will ich wieder meine Notizen machen. Alle vier erkannt. Mimic. Okay. Dann geht es schon in Richtung Edgeboard. 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 Es geht um Hirnnerv Nummer acht. 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 Den Vestibulocorlea ist zuständig. Unser Hören und das Gleichgewicht. Gleichgewicht. Den Gleichgewichtssinn haben Sie, glaube ich, mit meiner Kollegin schon gemacht. Das ist das auf einer geraden Linie gehen und soweit sie mir das durchgegeben hat, hat das funktioniert. Okay. Jetzt geht es ums Hören. Ich werde mit den Fingern schnipsen und Sie sagen mir, welche Seite es war und ob es weiter entfernt, also leiser oder näher, als es lauter war. Okay. Okay. Schließen Sie am besten die Augen dazu. Schließen, schließen, schließen Sie die Augen. Ja. Okay. Los geht's. Da waren Sie immer sehr schnell mit rechts und links. Ja. Aber war korrekt. Sehr gut. Also bisher ist das ja relativ eindeutig, dass das ohne Befund sein wird. Ohne pathologischen Befund. Befunde haben wir immer. Okay. Dann können wir schon meine Notizen machen. Perfekt, perfekt. So. Also, die nächsten zwei Hirnnerven, die fassen wir wieder zusammen. Und zwar die Nummer 9, die Nr. Nr. Nervus Glossofargeus und die Nr. 10, den Nervus Vargus. Die sind beide für das Schlucken, für den Vögelreflex und für die Sprache zuständig. Der Nervus Vargus hat noch einige weitere Funktionen, die wir hier aber nicht testen. Nämlich, da geht's auch um die inneren Organe. Herz zum Beispiel. Also da misst man den Puls. Aber ich denke, da gehen Sie dann zu einem anderen Arzt, der sich quasi, also ein Internist, der sich die inneren Organe anschaut. Und wir kümmern hier uns eben um Schlucken, Hörreflex und die Sprache. Gut. Dann würde ich Sie bitten, einfach ein paar Mal ganz entspannt zu schlucken. Ja, keine Probleme, keine Schmerzen. Auch sonst im Alltag keine Probleme beim Schlucken, oder? Gut. Dann öffnen Sie bitte den Mund. Strecken Sie die Zunge raus. Ja, die war dann beim Mund. Ja, das war ganz eindeutig. Nein, das war kein Corona-Test. Ich habe nur den Ökerreflex getestet. Ja, aber Ihre Sprache, ich höre Sie ja schon die ganze Zeit sprechen, ist auch nichts auffällig. Wenn, dann wäre das so eine nasale Sprache. Ja, aber die haben Sie ja nicht. Natürlich heißt es nicht, wenn man nasal spricht, dass man Probleme mit den Hirnnerven hat. Das ist immer nur eine Möglichkeit, die besteht. Gut. Gut. Okay. Wir sind schon bei Ihren Nerv Nummer 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Die Nervus Accessorius, 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 Accessorius. Denn er wird zwei Muskeln, nämlich den Sternocleidomastoidius und den Trapezius. Und deswegen würde ich jetzt gerne einmal das Kopf drehen und einmal das Schulterzucken wieder gegen Widerstand bei Ihnen ausprobieren. Ja, okay. Gut. Einmal bitte nach links. Ja, super. Und die andere Seite. Gut. Jetzt Schulterzucken gegen meinen Widerstand. Links. Ja. Und rechts. Kein Problem. Sie sind wirklich sehr stark, muss ich schon sagen. Also auch da. Keine Probleme. Ich direkt wieder auf. Der letzte Hirnnerv ist der Nummer 12. Der Hypoglossus. Hypoglossus. Okay. Da dürfen Sie mir jetzt zum Abschluss unserer Untersuchung die Zunge rausstrecken. Das hat Ihnen Spaß gemacht. Geben Sie es zu? Ja. Ja. Da habe ich nur darauf geachtet, ob die Zunge vielleicht zu einer Seite mehr geht als zur anderen. Aber das war auch nichts. Gut. Lassen Sie mich noch kurz ein bisschen was notieren. Ja. Gut. Also. Sie haben die Tests mit Bravour bestanden. Also. Ich habe nichts Außergewöhnliches gefunden. Wir werden natürlich noch ein MRT vorm Kopf machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Da kann man auch noch mal andere Sachen nach anderen Sachen suchen, die jetzt gar nichts mit den Hirnnerven zu tun haben. Weil Sie gesagt haben, Sie möchten sich einfach so mal durchchecken lassen. Ja. Aber Sie sind da eh, glaube ich, mit dem Hausarzt. Sehr gut im Gespräch, oder? Ja. Deswegen sind wir hier fertig. Ich werde den Bericht an den Hausarzt schicken. Und damit sehen wir uns vielleicht noch mal, wenn Sie quasi einen Wiederbefund brauchen oder hoffentlich erstmal nicht mehr. Nein, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Natürlich nicht. Ja. Gut. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und drücke die Daumen, dass auch sonst alles passt. Aber Sie sehen ja wirklich sehr, sehr gesund aus. Und vielleicht suchen Sie sich bald ein anderes Robinio. War nur ein Spaß. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.